Wie stark die NSDAP schon zu diesem Zeitpunkt war, zeigt sich bei der Wiederwahl Hindenburgs 1932, nämlich das zeigt sich an der Tatsache, dass Hindenburg nur 6 Millionen Stimmen mehr erhalten hat als Hitler und damit konnte man schon sehen, dass die NSDAP in der Bevölkerung durchaus ein großes Wählerpotenzial hatte, also im zweiten Wahlgang, das ist ein Ergebnis vom zweiten Wahlgang, ist Hindenburg vor Hitler, Hindenburg wird wiedergewählt, aber hier konnte man schon sehen, dass eben die NSDAP ein großes Wählerpotenzial hatte. Gut, wie gesagt, Brüning wird wegen des Ostsiedlungsprogrammes entlassen, was war dieses Ostsiedlungsprogramm? Brüning wollte eben reiche Besitzer und Adlige enteignen und das Land den armen Bauern geben und das konnte natürlich Hindenburg selbst nicht gefallen, weil er ja selbst Teil des Adels war und selbst Besitzungen im Osten hatte und dadurch endet dann die Regierung Brünings. Sein Nachfolger wird Franz von Papen. Franz von Papen regiert dann das sogenannte Kabinett der Barone, denn in diesem Kabinett waren relativ viele Adlige und auch hier ein weiteres Zeichen für den Untergang der Weimarer Republik, denn ein Kabinett, das aus vielen Adligen besteht, das verweist schon darauf, dass die Demokratie relativ am Abgrund steht. Der Reichstag wird am 4. Juni 1932 aufgelöst, die Neuwahlen finden dann im Juli statt, dazwischen, zwischen Auflösung und Neuwahl findet der sogenannte Staatsstreich gegen Preußen statt, manchmal findet man in der Literatur auch die Bezeichnung Preußenschlag und das bezeichnet die Absetzung der Regierung Preußens aufgrund von Straßenschlachten, die es zwischen Kommunisten und der SA gegeben hat. Diese Neuwahlen, die führen dann zu einem Rekordergebnis der rechten Parteien. Die NSDAP wird stärkste Fraktion mit 230 Mandaten, die DNVP erhält 37 und ja, es ist nicht weit weg, dann hätten sie sogar die Mehrheit im Parlament erhalten. Die SPD und Zentrum sind ja die einzigen beiden Parteien, die so ein bisschen beständig bleiben aus der demokratischen Riege, 133 und 75 Sitze, der Rest allerdings verkümmert, die DSTP 4, die DVP nur 7, also das ist marginal, das ist schon fast nicht mehr der Rede wert und die KPD erhält mit 89 Sitzen auch relativ viele Stimmen und damit sehen wir eine Radikalisierung ganz links und aber vor allen Dingen ganz rechts. Es kommt dann aber trotzdem im September 1932 zur Auflösung des Reichstags, weil es zu einem Misstrauensvotum gegen die Regierung kommt. Die darauf folgenden Neuwahlen zumindest dämpfen wieder ein bisschen die Erwartungen der rechten Parteien. Die NSDAP verliert deutlich, die DNVP legt gleich zu, das heißt beide zusammen haben jetzt ein bisschen weniger Stimmen, aber die Radikalisierung, wie gesagt, die kann man trotzdem noch beobachten, vor allen Dingen links nimmt sie zu, aber wenn man jetzt einmal schaut, links und rechts zusammengezählt ergeben eine Mehrheit, die Demokratie ist also hier eigentlich schon am Ende angelangt. Es gibt dann im Dezember einen Umsturzversuch von Papen, er wollte nämlich die Demokratie tatsächlich abschaffen, allerdings scheitert Papen und sein Nachfolger wird Kurt von Schleicher. Allerdings ist von Schleicher nur von kurzer Dauer, er scheitert gänzlich mit seinem Plan, zum einen die Gewerkschaften hinter sich zu bringen, um so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu beschließen, um eben auch die Arbeitslosigkeit zu senken, er scheitert aber auch vor allen Dingen die NSDAP zu spalten und deswegen tritt von Schleicher im Januar zurück. Und jetzt war der Weg frei für Hitler. Am 4. Januar 1933 bespricht er sich mit von Papen, man geht im Grunde einen Pakt ein. Am 22. Januar 1933 kommt es zur Besprechung zwischen Papen, Hitler und Oskar von Hindenburg. Oskar von Hindenburg ist der Sohn von Paul von Hindenburg. Es kommt zu einem Bündnis und der Sohn rät jetzt dem Vater, der ja der Reichspräsident ist, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Und dies geschieht am 30. Januar 1933. Dieses Datum wird allgemein hin als Datum der Machtergreifung genannt. Und damit war jetzt die Weimarer Republik endgültig an ihr Ende angelangt.